Hey und alles war alles draußen und willkommen zu einem weiteren Trophäen und der Folge der Neue montiert und diesmal ist die Trophy Affentheater oder im englischen Monkey Sea, Monkey Doom dran und dafür müsst ihr der Mensch sein, müsst den Affen Power Up einmal bekommen, werft diesen Affen dann auf den Boden ein Zombie muss reinrennen und dadurch sterben und dadurch dass der Zombie durch den Affen gestorben ist wird ein neuer Affe respawned, den müsst ihr dann einfach nur noch aufheben und dann bekommt ihr auch schon das Achievement und das werdet ihr auch gleich bei mir sehen wie gesagt, online, im richtigen Online Modus es zu schaffen ist sehr schwer deswegen würde ich empfehlen das einfach nur mit Freunden zu machen und ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen und man sieht sich im nächsten Video